Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Railway Empire. Rail, 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 Empire. Ja, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir wollen weitermachen und zwar wollen wir erst mal die nächste Stadt anschließen. Die nächste Stadt an New York. Wir müssen mal ganz kurz gucken, was hier errichtet eine direkte Verbindung von New York nach Norfolk. Wow, das ist aber weit weg, oder? New York, Norfolk, wo ist Norfolk? Wo ist das kleine Städtchen Norfolk? Vor allen Dingen eine Direktverbindung. Indianapolis, Louisville, Knoxville. Okay. Pittsburgh. Wo ist die Stadt? Buffalo. Baltimore. Hier runter. Okay. Alter, das ist aber eine ganz schöne Strecke. Leco mio. Okay. Was wir auf jeden... Warte mal, was steht denn noch an? Schließe sechs Städte an den Streckennetz an. Wir haben schon zwei, verbande 18 Landbetriebe in deinem Streckennetz. Stelle drei in drei Städten die Wache Möbel her. Okay. Transportiere 273 Ladung Gemüse. So, Gemüse wollen wir jetzt eigentlich fast schon als nächstes machen. Aber bevor wir Gemüse machen, werden wir erstmal noch einen kleinen Bahnhof, denn wir brauchen natürlich Geld, um das Ganze zu gewährleisten. Werden wir einen kleinen Bahnhof. Und zwar genau... Moment. Der soll ja dann eigentlich auch mal weitergehen. Das heißt, den werden wir so rumdrehen und werden den hier hinbauen. Okay. Werden aber... Ich glaube... Was macht Sinn? Eieieiei. Äh, Moment mal. Der hier, der Kleine, kommt mal hier hin. Oh, wir haben was Grundlegendes vergessen. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Das fällt mir gerade noch ein. Aber erstmal machen wir ganz schnell unsere Zugstrecke weiter. Jetzt wird es natürlich teuer werden. Jetzt wird es nicht nur teuer. Jetzt wird es so topisch teuer. Ja, Tunnel sind wir leider nicht bezahlbar, ne? Ach, du Scheiße. Moment. Wir müssen irgendwie hier über den Berg kommen. Über den Berg, durch den Berg, was auch immer. Okay. Hier... Ist auf jeden Fall um einiges flacher. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Doch, das ist eine gute Idee. Wir gehen hier lang. Wir gehen hier schön am Wasser lang. So. Reduzieren das Ganze mal auf... 6% Steigerung. Okay. Hier machen wir mal auf 3% runter. 93.000. So. 69.000. 69.000. Die Steigung wird immer größer. 68.000. Okay, Moment. Okay. 91.000. Moment. Wir müssen mal gucken, wie wir hier am besten fahren. Hier können wir auch nochmal was sparen. Da haben wir nur 3%. Okay. Das können wir so bauen. Das können wir so machen. Okay. Den schließen wir erstmal an. Werten aber jetzt... Moment. Einen vorhandenen Zug. Was ist da der? Ach so, wartet mal. Wir müssen mal ganz kurz noch was anderes machen. Und zwar, wir müssen... Diese Versorgungstürme bauen. Das nützt alles nichts. Versorgungstürme. Und zwar werden wir hier einen Versorgungsturm hinbauen. Und das reicht auch erstmal. Da bauen wir erstmal einen Versorgungsturm hin. Was hat der für ein Problem? Zufällige Panne. Des Weiteren können wir unsere Bahnhöfe... Moment. Bahngebäude. Industrien. Wir können unsere Bahnhöfe... Wir können unsere Bahnhöfe... Moment. Sag mal. Mit einem Wartungsgebäude versehen. Das kostet uns 80.000. Okay, dann lassen wir das erstmal ganz kurz. Was wir aber machen ist eine neue... Express-Zug. Express-Zug. Was bedeutet dieser Blitz hier? Okay, den brauchen wir nicht. Wir brauchen den. Und der... Erweitert seine Route. Von New York. Dahin. 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 Ja. Okay. Nur Fracht. Auf geht's. So. Der müsste uns jetzt eigentlich ein bisschen Geld bringen. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber der wartet erstmal am Signal. Weil der hier lädt sich die Holzstämme aus. Theoretisch könnten wir jetzt... Ja. Wir haben das erste... Haben wir fertig gemacht. Errichtet ein Direkt von New York nach Norfolk. Wir haben noch vier Jahre Zeit, um das zu machen. Das müssen wir mal schauen. So. Wen haben wir denn hier? Durch geschickte Regeln der Dampfzufuhr wird die Maximalgeschwindigkeit von 5% erhöht. Das klingt gut. Oh, wir sind schon wieder bei 126.000. Okay. Freie Mitarbeiter, Büropersonal, Zugpersonal, Zugpersonal, Heizer. Okay. Das heißt, wir werden den Zug... Diesen Zug... Zug verwalten. Mit einem Heizer ausstatten. So. Das ist nämlich der Zug, der für uns die ganzen Güter transportiert. Der hat eine positive Bilanz. Das ist schon mal sehr gut. Was müssen wir noch machen? Müssen wir hier Signale bauen? Nein, wir müssen hier erstmal keine Signale bauen. Solange wir diesen... Errichtet Staunen und Zentrum, so viele Reisende wie möglich anzulocken. Errichtet Bahn, wir müssen an die Industrie... Ja. Wir werden... Moment. Für alle Bahnhofung geht die größere Bahnhof, desto kürzer sind die beladenen, desto mehr Gleisichtdienstverfügung. Wir werden jetzt nach diesen Cutten, also nach der Baumwolle, werden wir jetzt hier noch ein Gleis hinlegen. Das Problem ist, wir müssen dann erstmal hier noch ein zweites Gleis bauen. Und ja, so sieht es aus. Ähm, vielleicht könnten wir... Den Bahnhof schon mal ausbauen. Wir werden hier erstmal ein Wartungsgebäude für 80.000 errichten. Und 60.000 kostet der Ausbau auf zweigleisig. Brauchen wir zweigleisig? Ja. Okay, das machen wir einmal. Äh, wir bauen erstmal das Ganze auf zweigleisig aus. So, jetzt können wir schienentechnisch... Äh, können wir das Ganze eigentlich so hier machen? Moment. Da kommen sie ja zurück. Okay, wir müssen... Ich muss ganz kurz überlegen. Ich muss mal schauen, wie wir das jetzt am dümmsten anstellen. Wir haben sowieso nicht viel Geld. Von daher müssen wir jetzt erstmal kurz fahren lassen. So. Okay, wir lassen die mal fahren. Der wartet hier vom Gleis. Warum? Achso, weil der im Bahnhof war. Okay, das können wir erstmal aktuell umgehen, indem wir... Hier noch ein Gleis hin machen. So. Und dann können die sich das raussuchen. Also, wenn jetzt hier einer steht, der steht zum Beispiel auf dem zweiten Gleis, dann kann der andere hier noch reinfahren, beziehungsweise wenn jetzt hier noch einer kommt, würde der geradeaus reinfahren. Das Schöne ist eben, der Bahnhof hat die eigenen Signale. Ihr seht, die sind jetzt gerade grün. Das heißt, der könnte fahren. Und es gibt wieder ein bisschen Geld. So. Mehr Geld gab es nicht. Wird gewartet. Interessant. Okay. Dadurch, dass wir jetzt hier eine Wartungshalle gebaut haben, wird der Zug natürlich auch gleich gewartet. Was natürlich sehr gut ist. Der hier düst... Den können wir ja mal verfolgen. Der hier düst nach oben. Aber die sehen schon auch sehr nice aus, oder? Guck, hier kann man so mitfahren. Da ist die Bombollfarm. Tschut, tschut. Und hier ist der Bahnhof für die Bombollfarm. Und da fahren wir jetzt rein. Und da werden wir jetzt erst einmal beladen. Müssen nur mal ein was schauen. Ja, doch. Ich würde es gerade sagen. Wie viel beläht der? Macht er voll? Ich glaube, er macht voll. Okay, sehr gut. Wir müssen nur ein was schauen. Und zwar, wie wir der Zug... Zufällige Panda. Wie wir der Zug... Ich muss immer mal kurz schauen. Wir könnten uns noch Anleihen holen. Das heißt, wir könnten uns... Ne, das machen wir aber nicht. Quartalsberichte. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir wachsen definitiv. Konkurrenz haben wir keine. Wir haben aber dafür wieder... Ein bisschen Forschung, was wir machen können. Und zwar könnten wir... Bringt Sicherheit vor Personenschädten und steigen Beliebter bei den Reisegästen. Erhöht die Anzahl, was hier in jeder Stadt und ein Unternehmen, Bahnhof hat um 5%. Okay. Und genau das werden wir tun. Und dann könnten wir als nächstes... Könnten wir als nächstes diese Lok freischalten. Der fährt schon mal 35 kmh. Der hat nur 25. Der fährt schon mal 35 kmh. Das ist ziemlich gut. Und dann können wir die Züge tauschen. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Geld. So. Und jetzt müssen wir erstmal schauen... Wo ist unser Zug? Genau. Und der fährt jetzt hier zurück. Ich muss mal schauen, ob der in Albany... Stadtgröße 3... 40.000 Einwohner. Theoretisch dürfte er nichts abladen. Weil die sind nicht... Die mit ihren Zufällen... Die mit ihren Pannen. Das ist aber auch eine Katastrophe. Okay. Wo ist der andere Zug? Ah. Guck mal. Seht ihr? Die haben jetzt beide Gleise genutzt. Sehr gut. Und der fällt jetzt raus, sobald das Signal frei ist. Naja. Ansonsten würde der da oben warten, bis der hier unten über dem Signal hier unten ist, wenn wir diese ganzen Zwischensignale nicht hätten. Aber da der dann drüber fährt... Wartet. Stopp. Ganz kurz. Er ist noch nicht zweispurig. Okay. Schade. Das heißt, leider muss der jetzt erwarten. Der wird jetzt hier unten am Signal warten, bis der wieder rausgefahren ist. Beschneidet sich. Je besser eine Stadt durch Eisemann mit Warenversorgung ist, desto schneller wächst sie. Stadt wie für München. Stadt... Dialog über die Bedarfsdeckung liegt sie... Ja. Liegt sie bei 60%. Kann die Stadt wachsen. Okay. Es gibt wieder Geld. Oh ja. Jetzt gibt es auf jeden Fall richtig Geld. Das waren nur die Passagiere. Wieso fährt der die Baumwolle jetzt wieder da hoch? Wat? Wat macht der denn? Wo fährt denn jetzt mit der Baumwolle hin? Hä? Stationsvorsteher, Büropersonal, ähm... Moment. Er stellt Regeln für die Wartungs... für die Erwachsenen und Sengdeutsche Wartungsdauer aller Züge um 5%. Natürlich werden wir den erstellen. Aber... Was macht denn der von Quatsch? Alles klar. Ich hab's verstanden. Ich weiß warum. Okay. Es gab wieder gut Geld. Ich weiß warum. Ähm... Ganz einfach. Und zwar... Haben wir was vergessen. Wir können ja hier schon mal weiterbauen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen mit unserem Geld. 36.000. Kommen wir leider nicht so weit. Ach so, einfach nur dorthin bauen können wir gar nicht. Oh, das ist interessant. Okay. Ach doch. Können wir wohl. Okay, dann bauen wir die Strecke erst mal. Und bauen hier von... Einen Moment. Ich komme hier zurück. Hier fährt er hoch. Ein Wechsel ein. So. Den brauchen wir. Ähm... Wir brauchen hier, glaube ich, kein Signal. Wir brauchen hier kein Signal, denn wir werden hier oben ein Signal setzen, was den Zug dazu zwingen wird, selbst wenn er auf diesem Gleis entlädt, dann hier auf dieses Gleis wieder rüber zu wechseln. Allerdings brauchen wir auf der Seite ein Signal, das können wir schon bauen. Und zwar dieses. Genau. Okay. Hier, das müssen wir dann auch anders machen. Moment. Wir werden das... Und... Wieso muss man immer so viel abreißen mit Eimer? Ich will nicht so viel abreißen. Wir werden... Moment. Moment. Macht das Sinn? Ach, das ist doch kacke. Guck mal, wenn ich das jetzt abreiß... Reißt er das... Warum reißt er das bis dahin weg? Das ist doch so ein Nonsens. Willen, Gleise, Gebäudesignale, um es zu entfernen. Du kannst doch Gleisabschnitte festlegen. Ja, wie denn? Ah. Ah. Ach so. Alles klar. Ah. Dankeschön für die Info. Dankeschön, Dankeschön. So. Ich will Gleise bauen. So. Okay. Das heißt, wir gehen einmal hier dran. Verbinden das. Und... Jetzt ist es wichtig, ähm... Dass wir hier einen Wechsel reinkriegen. Und zwar nach diesem Signal... Hier rüber. Moment. Wir müssen... So. Und... Wieder zurück. Okay. Folgendes. Folgendes ist der Hintergrund. Wir haben hier ein Signal. Moment, ich gehe mal ganz kurz hier rein, um das zu erklären. Wir haben hier ein Signal. Hier kommen die Züge an. Auf der rechten Spur müssen die kommen. Kommen hier rüber. Können aber... Hier rüber wechseln, um hier im Bahnhof zu entladen. Ne, wenn hier schon ein Zug steht. Können wir entladen. Und können theoretisch auch wieder zurückfahren. Können wieder zurückfahren über das Gleis. Weil hier wären es... Ne, Moment. Können hier wieder zurück... Moment. Zack. Hier fahren sie sowieso nochmal zurück. Und hier ist es wichtig, dass wir diesen Wechsel noch drin haben. Denn wenn er geradeaus reinfährt, um zu beladen, ist es wichtig, dass er hier wieder auf das Gleis kommt, weil nur das in andere Richtung, der rechte Gleis, auch wieder zurückgeht. Okay. Ich denke, so ist es ganz verständlich. Das ist erstmal der Hintergrund. Das heißt, die hier laufen soweit. Das sollte eigentlich alles passen, ja. Wir schauen mal, wie sich die Züge verhalten. Wir gucken einfach mal, wie sie sich verhalten, von daher. Wie sieht es aus? Oh, wir haben wieder einen Forschungspunkt. Das heißt, wir können die neue Lok erforschen. Die hat dann schon mal 35 Kanal. Kanal bringt sich sicher für nachfolgende Züge und zückt für die mehr Zuverlässigkeit. Also Zuverlässigkeit in einem Logotiv um 12%. Ach, okay. Dann bräuchten wir es das. Erhöht die Sicherheit an übersichtlichen Gleisen und Weichen, das wird häufiger freie Fahrt ermöglicht. Erhöht die Leistung in einem Logotiv um 5%. 200 Punkte. Wir haben 200 Punkte. Was fehlt denn? Diesem Gefühl, ein freigeschalteter Nachbar. Welcher denn? Ach so. Es müssen beide Nachbarn freigeschaltet sein. Okay. Dann können wir das noch machen. Super. Was wir jetzt aber haben ist, diese Lokomotive, die ist neu. John Bull. Wir können hier schauen, Lokomotiven ersetzen. Uns wird das Ganze 64.000 kosten. Dann könnten wir unsere zwei Lokomotiven gegen die austauschen. Können wir leider erstmal noch nicht. Und von daher müssen wir abwarten. In diesem Sinne, aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir in die Kommentare, falls ihr noch irgendwelche Tipps oder Tricks habt. Ich bin erstmal fertig. Bis dahin, euer Manus. Ciao. 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 Ciao.